Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Guided Fate Paradox mit mir, eurem Master Off und wir versuchen nun ganz alleine weiter nach vorne zu preschen, nachdem ich letzte Folge, oder wir letzte Folge einen ziemlich harten, naja, Kampf hatten, in dem wir Lilil leider verloren haben. Gott habe sie selig, also ich. Na gut, gehen wir zum nächsten, zur nächsten Ebene würde ich sagen. Und lassen uns mal ordentlich, naja, die haben halt beide lang zu, nein. Warte, 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 ich habe doch jetzt, oh, da ist schon wieder so einer von denen. Na, haha, okay. So, ein Miss, das ist natürlich gut. Das kreiert, oh, ich brauche wieder zwei Hebel, drei Hebel, ne, zwei, okay. Hä? So, endlich. Hm. Ha, nimm das. Und das. So, ich gehe nicht so leicht unter. Hm. Was haben wir denn jetzt alles vor viel? Ja, ja, das brauche ich nicht. Aber ich mag hier aber nicht. Äh, jo, ich würde sagen, wir gehen hier weiter. Und bin dann hier angekommen. Okay. Aha. Da hast du mir ja direkt mal in die Hände gespielt, Mister. Zum Glück hat er mich getroffen, hä? Zum Glück bin ich verwirrt. Aber, ja, ich habe doch mal getroffen. Ho, ho. Das essen wir mal. Dann sind wir für 20 Züge ein bisschen gestärkt. Okay. Oh. Das sieht noch okay aus. Na gut. Hey, wo komme ich denn her? Was machen wir? Oh, die war... Na egal. Wir töten dich auf jeden Fall. Ich gehe ein bisschen Schaden. Aber... Also, haben wir den ja getötet. So, den jetzt auch. Was haben wir da? Rebon. Den würde ich auch gerne aufheben. Äh, was haben wir denn jetzt alles? Parallelsteel. Genau. So. Wir machen dem wieder einen Schaden. Äh, nervt er nicht so. Ha. Dein Bewegungsmuster ist ziemlich ärgerlich für dich manchmal. Ja, seht ihr? Und noch einmal haben wir ihn bekommen. Läuft, diesmal braucht er länger, hä? Na egal, jetzt ist er auf jeden Fall tot. WTF? Hat das plötzlich so viel Schaden gemacht? Das war ja ungewöhnlich. Hat es nämlich freundlich gemacht. Und friss hier meinen Schadens-Output, den ich dir übergebe. Oder so in der Art. Friss meinen Schadens-Output. Das hat sich schön angehört, oder? Die hatte ich ja noch gar nicht. Den nehmen wir dann auf jeden Fall mit. Und nehmen den hier weg. Oh, Gottmode. Kann ich eher deaktivieren. Juhu. Was denn das? Moved Wells. Pushing an enemy with you. Äh, okay. Hört sich komisch an, aber... Hm, ja, geil. In dem... Moment. So. Was haben wir denn? Oh, ne Shotgun. Die ist auch gut. Ja, nehmen wir... Was nehmen wir denn hier weg? Boah, die Hardener haben wir auch noch. Boah, wir haben ziemlich viel Zeugs hier. Hm, da ist ein Orb. Machen wir auch weg. Und was haben wir hier? Nochmal Striker. Hm, weiß ich jetzt nicht. Egal, wir haben noch Zeugs und... Ganz nur Orb-Dinger brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, wir sind weitergekommen. Das ist sehr gut. Ha. Und noch einmal. So, dann haben wir irgendwas... Gebürstet. Hm. Dann möchte ich die noch mal ausprobieren. Die Striker. Aha. Und da können wir uns jetzt nicht wirklich zwischen guten Sachen entscheiden. Leider. Naja. Hm, like an Ex... Achso, like an Boomerang, genau. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmals... den Weg... den Weg... und töten hier. Oh, jetzt haben wir hier... den Speer und die Batwigs sind ja schon... den Speer haben wir. Wir haben zwei lange Schwerter. Die sind alle... schon gebürstet, okay. Hm. Nehmen wir erst mal den Burner hier noch mit. Ja, ja. So. Ja, selber schuld. Tada. Da. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. Das macht sehr viel Schaden, wenn ich das sehe. Richtig gesehen hab. Ich hab... Lass mich raten... Kaum noch irgendwas zum Heilen. Ahahahahaha. Ich nehm dich mit. Und haben wir ihn immer noch hier. Hm. Was mach ich jetzt mit ihm? Hm. Kann ich den hier runter schmeißen? Na ja, weg mit dir. Okay. Hahaha. Da geh ich mal nicht hin. So. Was machen wir hier? Dann so eben. Okay. Okay, dass das genug Schaden macht. Ja. Und noch ein Level. Danke. Das hab ich gebraucht. Ointment. Juhu. Hm. Oh, wir haben den trotzdem noch getötet. Sehr schön. Und auch ihn. So, das war's dann mit meinen beiden Burner-Armen. Ne. Bad Wings. Ja, ja. Mushroom. Hm. Dann nehmen wir den Ribbon. Passt zum Gott. Sehr gut. So. Vorletztes. Ich glaub, das versuch dann einfach durchzuraschen, weil... ja. 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 Oh, Mensch. Hier ist alles also. Oh, dann sind wir jetzt schon beim Endboss. Ja. Was machen wir jetzt? Hm. Hm. Wie konnte noch mal... Muss man... Au. Ach so. Schau mal. Ich kann mal noch mal runter gucken. Okay. Ich dachte, man könnte hier irgendwie heilen. Äh, in Kosten von... Wie ging das denn noch mal? Hm. Ach so. Okay. Ich schätze, das war keine gute Idee. Nein. Okay. Der macht mich da mal weg. Wir nehmen dich mit. Und gehen weg. Danke. Ciao. Verdammt war das noch mal knapp. So. Wo sind die denn alle? Hm. Wieso? Hm. Kann ich nicht... Ach so. Das schießt mich hier gleich wieder her. So liegen alle. Okay. Dann... Tüten wir sie jetzt auf die Art. Noch einmal. Los. Stirb. Haha. Ja. Die Musik ist natürlich toll. Stirb. Der Hund will. Der dürfte nicht zu mir. Stirb. Der General. Lass ihn nicht gewähren. Okay. So. Wohin schießen wir dann? Okay. Oh oh. Das war nicht so gut hier. Oh Mensch. Weg mit dir. Würde ich sagen. Stirb. Oh oh. Können wir noch irgendwas reißen hier? Mit dem... Oh oh. Ne. Aber er hat ja genug Schaden, wie es aussieht. Die Nummer der Verirrung hat sich definitiv verringert. Halt dein Auge an deiner Energie. So werden wir weitermachen. Äh. Um sich um dich zu kümmern. So. Nehmt. Schaden. Dann fress dir. Miss Kerle. Ich lass das nicht zu. Naja. Was ist das? Achso. Brauchen wir gerade nicht. Okay. Wir kümmern uns hier um die Gegner mal wieder. Keiner kommt hier nah genug an mich ran. Und den Ritter. Diesmal nicht hier. Haha. Noch einen Schlag. Okay. Haben wir hier noch einen? Nur noch, äh, halb, die Hälfte der, oh Mensch, der Verstärkung verbleiben. Lass uns bis zum Ende kämpfen. Ja, los. Nehmt Schaden. Ihr werdet nicht weiter voranschreiten. Solange ich jetzt nicht hier möchte. Hey. Auch hier. Ja, ja. Weg da. Los. Auch du sollst verschwinden. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Godmode. Ja. Das sind alles dasselbe. Los. Tötet sie alle. Okay. Wow. Der Godmode ist irgendwie viel zu stark, oder nicht? Nicht mehr viele Verirrungen verbleiben. Bleib ruhig und schlage zu. Ja. Ja. Ich weiß. Nein, nein. Ich brauch gerade nichts. Ich weiß. So. Damit haben wir erstmals... Los. Stirb. Okay, oder auch nicht? Oh oh Scheiße Ich fürchte, das wird jetzt nicht so gut laufen Weil wir haben Ja Nein, Ritter, du musst überleben So, wir haben ihn getötet, sehr gut Warte Nein, nein, so Wen müssen wir jetzt töten hier? Dich am besten noch Ah, Mensch Das überlebst du, oder, Ritter? Du weißt ja eigentlich, wie viel Energie der hat Ja Ah, Mensch Ich hab auch nicht mehr unendlich viel Energie So Oh, ich muss den unbedingt loswerden Ja, sehr gut Nämlich als Ziel Es scheint, dass Keine Ahnung, dass Renforcemen weg sind, oder so Äh, jetzt, wo der Tenera die meiste Energie Magie benutzt hat Das ist unsere beste Chance Ja, stürme los, oder so Ja, sieht nicht so gut aus Für mich, ehrlich gesagt Der Ritter Kann nichts machen Und stirbt jetzt gleich Wenn das so weitergeht Ja, danke Ah, nein, nein Stirb Nein Ja, ja Kann ich ihn irgendwie heilen? Aha Puh Wir haben ihn Wir haben es erstmal geschafft hier Das essen wir Okay Und ich denke mal So einen Apfel sollten wir auch zu uns nehmen Oh, Mensch So, wir haben hier was gebürstet Okay Dann nehmen wir an Nehmen wir mal die Shotgun Ja Fuck Ja Ja, das war's dann wohl Werde ich mal annehmen Mit der F Wieso kommen da noch so viele Wenn die fast tot sein sollen Schade Wir haben verloren Ja Äh Jedenfalls weiß ich jetzt Wie ich die Sicht nach unten machen kann So, dass ich, naja Das sehe Äh Zählt das jetzt eigentlich als totaler Tod? Äh, Tod? Oder Das würde ich mal gern wissen Ja, das zählt als totaler Tod Na, super Immerhin habe ich jetzt sehr viel Also Dings hier Und kann mich besser ausrüsten wieder Aber mehr ist auch nicht passiert Wie ihr seht Ist das trotz des God-Modus Sehr heftig Wir nehmen wieder das Okay Musst schauen, dass wir uns Sehr gut ausrüsten können So Handachs war ganz nützlich Und sperre ich auch Und Was brauchen wir noch? Masken Ich war hier Für mich sind Na, für sie würde das vielleicht ganz gut Weil ich bin ja nur auf Death und auf Dings hier Demzufolge ist das für mich besser Und das für Lilil eigentlich Eigentlich würde das auch sehr gut, oder? Hm Aber Prini Jet hat so keinen Naja, ich mag Prini Jet einfach Na gut So Damit können wir uns wieder voll ausrüsten Ja, ich nehme die Handachs So Und auch sie Sehr gut Es hat sich auf jeden Fall gelohnt Den Rest des Geldes Packierbar Ja, wir sollten uns diesmal ein Exit kaufen Denn Das, wie wir wissen Ist Exit auf jeden Fall sehr gut Und Noch irgendwas? Hm Ointment Naja Hab sowieso nicht viel Geld So Naja Dreimal Ointment Muss reichen Erstmal Den Rest behalte ich erstmal lieber Ja Warte mal Wir gehen jetzt die Winigramm noch Oder die Winigramm Ist ja ein sehr toller Name Wie wir wissen auf jeden Fall Und schon mal Wir Wir haben drei Level dazu bekommen Wir könnten also theoretisch hier So Achso, Elixier bekommen Ja, sehr schön Ah Sie hat doch jetzt auch bestimmt hier Ja Ja, sie kann sogar vier Anlocken Dann können wir sie nächstes Mal ein bisschen stärker machen wieder Okay Ja Mehr können wir hier leider nicht machen Naja Es ist sehr schade, dass wir es einfach nicht schaffen hier Den Gegner fertig zu machen Das ist Was soll ich sagen Nicht einfach Auch wenn ihr vielleicht das anders seht Das ist der schwerste Bosskampf bisher in dem ganzen Spiel Man muss so ein verdammtes Auge auf diese Gegner haben Und diese Minotaurin oder was auch immer das sind Sie haben mal die heftigsten Angreifer, oder? Also WTF Das ist mir ja noch nicht untergekommen Dass sie so stark sind Und wir haben uns ja jetzt Also schön aufgepaut und alles eigentlich, aber Keine Schnitte sehe ich da Also Wow Hätten wir mal besser aufgepasst, aber Naja Wie soll man denn auf drei Richtungen dann aufpassen und so weiter Das ist, weiß ich nicht Werden wir das jetzt sehen Vielleicht beim nächsten Mal Jedenfalls Vielen Dank, dass ihr Zugeguckt habt Und ich würde sagen Wir sehen uns Dann in der nächsten Folge Bis dahin wünsche ich alles Gute Viel Spaß Und haltet ihr uns steif Ciao Ciao